Ich bin Julian Sengelmann, ich bin in diesem Jahr offensichtlich Reformationsbotschafter und ich kenne das ohne Witz selber. Also ich kenne das, ich bin Schauspieler und Musiker, ich kenne das selber, dass man sich so Veranstaltungen von Kirchen immer gerne aus der Ferne anguckt und sagt, das hat so ein Geschmäckle. Aber es gibt im Laufe des Reformationsjubiläums, was wir jetzt feiern. Gibt es so viele so wunderbare, so klug gemachte, gute, tolle Veranstaltungen. Deswegen ganz herzliche Einladung. Guckt mal vorbei, nehmt mal teil, macht euch in euren Gemeinden schlau, selbst wenn ihr sonst nicht so viel seid oder macht euch im Netz schlau und findet selber raus, ob Reformation was ist, was euch nicht auch vielleicht angeht. Ja. 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 Ja.